So, wahrscheinlich schaffe ich diesen Bossrun nicht, der läuft nicht so gut. So, wahrscheinlich schaffe ich den Bossrun nicht. Aber ist egal. Ich hoffe, ich schaffe den. Ich habe nur ein Revive. Ich habe hier jetzt auch das mit dem Schild probiert und weiß ich nicht. Entweder war es Pech in diesem Run oder weiß ich nicht. Das ist aber auch mein erster Run mit dem Schild. Ja, über das. Vater, hast du, hast du, weil du, weil du Olympus verletzt hast? Und nicht gut reagiert zu den Verständen, wenn sie das? Ich bin froh, dass sie noch nicht gefunden haben, für alle deine Meddlingen. Du wirst nicht wissen sie so gut wie du denkst. Frage, warum sie Olympus left, und wie. Oder besser gesagt, Frage sie sie. Sie sieht ziemlich schön aus, also du kennst dich, hast du sie wahrscheinlich geholfen. Als du nicht auf Olympus geholfen hast, warum nicht Olympus kommen zu dir? Ha! Überraschend nicht so weit von der Wahrheit. Ich nahm sie, Junge. Ich nahm sie mit mir runter. Ist das, was du hörst? Da ist diese Angst, du? Komm, bringe diese Angst, dann! Da ist so viel Crit, glaube ich. Oh, ich krieg auch schon voll viel Schaden. Vielleicht sollte ich ein bisschen... ...aufpassen. ... Oh, I'm hit. Optimus ... Oh, shit! Ne, das wird nichts. Ich hoffe ja nicht mal die erste Phase. Nein. Ah, behindert. Ja, das war's. Dann wird's wieder ein Run mit den... Mit den Handschuhen. Fuck. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Das hier. So. Das ist, bevor all of my inspirations started coming from a single source. I credit my accomplishments to her and to Apollo and the gods. And. It certainly paid off. But that was then and this is now and we have work to do. Anyway, then I think we best continue this discussion. You're interrupting private conversations, Agrius. Leave us. No, let him stay if that's what he wants. What does it matter? He's technically allowed within these halls. But he must know he isn't welcome anymore. Um, Miss Dusa, I ran into hostile Gorgons that resembled you out there in Asphodel. Resembled only in the vaguest sense, I mean. They lacked your charm or social graces anyway. I just hope you are not related since I sort of, you know. Oh, haha, those old things? They're relatives just in the lucid sense. Like, say you had some nasty, almost mindless siblings born entirely from your own blood, something like that. Do you have any idea how hard it was? So I have your permission to continue hacking down such Gorgons with imputations? Oh, yes, absolutely. Thanks for asking, Prince. Okay. Can I maybe have something to do with something that helps me? What helps me? Okay. 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 Das hier ist zum Beispiel gar nicht so schlecht für den Handschuh. Obwohl, nee. Okay. 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 So, 10 Keys. Ja, 10 Keys. 10. Oh, yeah. Oh. Das freut mich. Ich bräuchte ein Diamanten vielleicht noch. Oh, okay. 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 Dad. Dad. Okay. Komm. Ich könnte natürlich auch die mit, ähm, oh cool, ähm, mit dem God-Mode spielen, aber für die Story, ich denke, ich mach das auch. Dann kriegst du so ein bisschen Damage-Reduce und, weil momentan arbeite ich das ja auch noch. Ich hab's ja im Prinzip durch. Oh cool, cool, leider nur das auf Stufe 2, das bringt mir nicht so viel. Oh, man, das so. Die Handschuhe haben halt auch einfach so viel Schaden. Ich warte auf einen stärkeren Auto-Attack. Die Handschuhe haben. Das war's für heute. Oh, hoffentlich von ihr Von ihr der Auto-Attack ist richtig gut Ne, den Sputt nicht Oh, das ist cool Das ist auch cool, 13% ist gut 13% Damage Reduce Which way? You want to die again? More Ah, den Raum habe ich nicht schnell genug gecleared Und da war noch eine Truhe Fuck Das habe ich übersehen Und alle Schilder hier ist Sehr gut Oh Okay, ähm Zwei Schüssel habe ich da gerade bekommen Das war richtig nice Ah 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 Hier nicht schnell genug Fuck Das Rüstungsding, das Rüstungsdurchbrechending ist halt super stark Und ich habe noch keinen Auto-Attack-Verstärker, der dann auf den dicken Damage aushaut Und ich möchte nicht den Frost hier nehmen Hier ist ein Shop? Ja, sonst nix Shop vom Boss Nehmen wir das einfach Ja Zuck Hi Zuck Du kennst mich bei dir? Die Art du blieb Du bist Ich habe nie ein Gott die blieb wie dich oh Meine Runs werden auch halt da immer so ein Stück schneller Es ist natürlich sehr 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 glückabhängig was sie alles drofft aber trotzdem immer so ein Stückchen schneller Keine Chaos Tore bisher interessant Oh man Delicious Shoppen my senses Was ist das denn für eine Map? Und ich verliere hier nicht so viel Leben in dem Feuer die Map ist echt nicht geil Super eng Meinetwegen kann er die mit den Schildern haben Ich krieg das auch Das ist cool Okay 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 Oh! Okay, Moment. So, was für ein Zufall, ich habe heute eine Packung Akkus geholt. Die sind vorgeladen laut der Packung, das heißt, wir müssen ja jetzt gehen. Okay, Moment. Okay, Moment. Okay, Moment. Hello there, Dionysus. In the name of Hades. Okay, Moment. Ich glaube, ich habe nicht genug. Hier ist es so teuer, ne? Fuck, man. Komm schon. Ich so geil. Fuck. Egal. Die Waffe und die Gabe da ist eh zusammen so stark. Auch egal. Ganz schön tanky. The boy. Wie ist dieses tanky? Was geht denn hier ab? Noch nie getroffen. Abernah wurde jetzt auf ihn ges matar. Es gewandert erst nach Bedeutung auf den Weg. Ja. Abernah wurde es nicht so‎. Wir werden k subjective. ich glaube das ist das sinnvollste gewesen schön alle auf meinen Haufen bitte ich habe noch keinen Hammer gehabt in diesem Run was geht ab ist doch nicht normal und kein Chaos oh das ist sehr gut ich glaube das ist auch der letzte oh da ist auch noch ein Tor eine Truhe meine ich egal ich meine was soll schon da drin sein oh fuck ja komm den Diamanten brauche ich ich hätte gerne diesen diesen ein womit wenn da zehn Snacks drauf sind das ist dann explodiert von den Frös ich hätte gerne diesen diesen ein womit wenn da zehn Snacks drauf sind das ist dann explodiert von den Frös der die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, da ist ja noch einer Oh, fuck, man Oh, fuck, man So, letztes Gebiet, bevor wir oben sind. Vorletztes Gebiet so gesehen. Oh, was für ein Dreck, Mann. Ein Rüstungshammer wäre nice. Für die Runt wirklich beschleunigen. Oh, was für ein Dreck. Und da haben wir es auch. Ja, Mann. Das ist doch. Mann, Mann. Was für ein Dreck. Was für ein Dreck. Das hier kann richtig stark sein Oh Miniboss Oh 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 Cheers Oh 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 4. 3. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. ayo. 5. 5. 7. 6. Die sind ein bisschen leichter zu handigen als die andere hier. Hier ist halt so ein Hurricane. Ja, aber sind dann schon. Aber dann geh halt da nicht rein. So you survived a little time. Das ist ein bisschen leichter. 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 Oh, das ist besser. Das ist besser. Die aus dem zweiten Gebiet ist glaube ich am besten. Den hier bin ich nicht so der Fan von. Das ist besser. 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 Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist besser. 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 Ich bin echt einer Chuise. Also möchte ich Cette Stetik testen, cozog. Ich selten würde jetzt faintiger machen. Hier sind die Totenköpfe dran. Das ist besser. So done. Das ist sowas für ein Schreck. 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 Und was hat ihn mit seinem Schreck. Und hat entschieden, zurück zu Hause. Ich denke, er ist schrecklich mit dem, was du gemacht hast. Ich werde. Du hast recht, wie immer gesagt. Es gibt mich'ine. Es gibt es nur einen Heiligen Apport. Es ist sehr schlecht. Denkixa'm. Serang dir, Agrius. Ich habe einen Hühner mit Lord Hades in einem Moment, und... Was hat dich gef крайst, Fan? Du hast ihn niemals gegeben, du ihm nicht vertraut ihm. Hörst mich. Daher bin ich nicht sicher. Zwische heute, was du machst... Es fiel. Was für was... Das war's für heute. So, das mit der HP nimm ich, glaub ich. Ja. Das war's für heute. Wait, child, quickly now, before you go. I know how all of this must look. I know that I was true to her. Of course, Nyx. Though, why did she really leave the underworld, do you think? Besides, because of me. So what if she thought I died at birth? She did not feel that she belonged. It was a very difficult adjustment she was forced to make. And she feared that she would inevitably end up caught between Olympus and this realm. A war. Wars have been fought for less, I understand. And Father must have been a real burden, too. You do not know. Ask her yourself about her time with him. But I have already said too much. And I cannot say more. You said more than enough. I'll see you Nyx. Okay, then noch 7 keys, 4 runs, bis zum nächsten Mal.